Ich freue mich, heute Bernd Tischler hier begrüßen zu dürfen in Mühlheim bei mir. Und wir wollen gerne zusammenarbeiten mit unseren beiden Unistandorten der Hochschule Ruhr-West. Und von Bottrop lernen heißt siegen lernen, denn Bottrop hat schon ganz viel in den letzten zehn Jahren erreicht. Bernd, vielleicht erzählst du einfach mal. Ja, will ich gerne machen, auch von mir ein herzliches Glück auf. Ich freue mich, dass ich mit Monika hier an der Ruhr stehen kann. Bin ganz beeindruckt, wie schön Mühlheim ist. Und ich will vielleicht zwei inhaltliche Sachen kurz sagen. Monika hat die Innovation City angesprochen. Ein Programm des Stadtumbaus hin zur Energieeffizienz und zum Klimaschutz in den Städten. Und da haben wir uns gerade ausgetauscht, dass Mühlheim da auch noch ein bisschen zulegen kann. Und Monika will sich das auf die Fahne schreiben und ich möchte gerne helfen. Und wir haben auch gesprochen über unsere Hochschule, die in Mühlheim ja den Hauptstandort hat, aber einen kleineren Standort auch in Bottrop. Und wir wollen gerne versuchen, Existenzgründungen aus der Hochschule in unsere beiden Städte zu bringen, weil wir eben erkannt haben, dass gerade bei dem Thema Neugründung, Existenzgründungen, wir beide noch Nachholbedarf haben. Und deswegen freue ich mich über die Zusammenarbeit und ich habe mich sehr gefreut, Monika heute kennengelernt zu haben. Wir haben wunderschöne Möglichkeiten mit den Innovationen, die es im Moment gibt. Wir mit der Energieeffizienz, wir natürlich auch noch mit dem Max-Planck-Institut, die gerade ganz viel zur chemischen Energiekonversion, sprich Wasserstoffforschung machen. Wenn wir da schaffen, mit den Hochschulen zusammen auch neue Firmen hier anzusiedeln, die auch uns weiterbringen, Arbeitsplätze schaffen, ist uns, glaube ich, beiden geholfen, beiden Städten. Ja, unbedingt. Und ich glaube, beide Städte stehen im Ruhrgebietsmaßstab auch ganz gut da. Wir müssen diesen erfolgreichen Weg weitergehen und wir wollen eben gut miteinander arbeiten und darauf freue ich mich. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass Zusammenarbeit hier im Ruhrgebiet ganz wichtig ist. Danke, Bernd, dass du mich heute besucht hast und hier uns in Mühlheim an der Ruhr unterstützt. Danke. Sehr gerne. Glück auf!